Ja, Tag zusammen, ich grüße euch mal wieder hier aus dem wunderschönen Sülz. Schön, dass ihr wieder am Start seid und ich bin heute mal wieder gewesen am Geisburgheim, 11 Uhr und hab mir mal angeschaut, wie sich so, ja man kann sagen, unsere Urlauber so gemacht haben und wer überhaupt alles auf dem Platz war. Das ist ja immer so diese erste berühmte Frage auf Pressekonferenzen, wie sieht es überhaupt mit der Personalsituation aus? Dazu jetzt gleich mal ein paar Worte. Ja, wie gesagt, ich war heute da und es ist halt immer noch echt blöd, falls jemand von euch auch die letzten Male mal da war, die trainieren halt nach wie vor nicht auf Trainingsplatz 1, sondern auf diesem anderen komischen Platz da, wo du kaum Zugang hast und nicht ums Spielfeld rumkommst. Da können die sich dann immer so schön verbarrikadieren und du bist dann immer, wie gesagt, 50, 100, 150 Meter weg und kannst halt nur erahnen, welche Spieler da so auf dem Platz stehen, rennen, turnen, was auch immer. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, die kehren noch nicht mehr auf Platz 1 zurück, weil der Platz müsste ja mittlerweile echt wieder bespielbar sein. Ja, und ja, wahrscheinlich haben die einfach momentan keinen Bock da drauf, dass die Leute da so nah rankommen. Ist ein bisschen blöd, also falls jetzt jemand länger nicht am Geistbockheim war und mal wieder vor zum Training zu gehen, sich das anzuschauen, da kann ich dann jetzt tatsächlich nur sagen, kann ich nicht empfehlen, weil man ist wirklich sehr weit weg. Aber das nur, by the way, eingefügt als kleine Information dazu. Aber jetzt mal zum Ernst des Lebens. Also, ich habe mir das mal hier trotzdem notiert, damit ich hier nichts durcheinander haue. Also, Pakarada habe ich gesehen, war wieder auf dem Platz, Waldschmidt wieder auf dem Platz, Uth und Selke wieder auf dem Platz. Ja, Uth und Selke mit Mütze, so wie ich. Deswegen habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich die erkannt habe. Gleiches gilt für Thielmann, der hat Teile zumindest wieder mitgemacht, wird aber trotzdem erst im November, so heißt es, wieder Thema sein. Bei Selke war ja auch das Ding, dass er krank war. Pakarada hatte Rücken, aber da ist es wie geplant gewesen, dass sie halt heute wieder eingestiegen sind am heutigen Dienstag. Und Baumgart sagte auch danach über Selke, wir müssen natürlich noch abwarten, aber ich hoffe, dass alles wieder in Ordnung ist. Also, Pakarada, Waldschmidt, Uth und Selke, da läuft alles nach Plan. Bei Uth ist es ja so, dass er zumindest wieder im Kader sein wird, wenn nichts dazwischen kommt. Und bisher sieht es auch tatsächlich, was das angeht, sehr, sehr gut aus. Dann haben wir noch drei Patienten mit Benno Schmitz, Linden Meiner und Jakob Christensen, die im Reha-Bereich noch trainieren, beziehungsweise individuell auf dem Rasen trainiert haben. Das ist auch das erste Update, was wir von Linden Meiner bekommen, weil da gab es ja jetzt letzte Woche noch gar keine Infos, weil der hat ja auch wie Pakarada Rückenprobleme oder hatte oder hat immer noch Rückenprobleme, so genau weiß man es jetzt noch nicht. Und Baumgart sagte über Linden Meiner, Linden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am Mittwoch einsteigen, also morgen. Bei Benno gehe ich davon aus, dass er dann Teile des Trainings mitmacht. Wir müssen abwarten, wie sich die Belastung auswirkt. Das zu Meiner, beziehungsweise Benno Schmitz. Also auch bei Linden Meiner sieht es tatsächlich so aus, wenn er dann morgen tatsächlich wieder auf dem Platz steht, dass er dann auch Thema fürs Derby gegen Gladbach am Sonntag sein kann. Ja, dann wurde Baumgart noch gefragt, wegen den Urlaubern, wie das denn hier war jetzt, so die vier Tage. Und Baumgart sagte, es war sehr erholsam, aber für die Jungs waren das auf keinen Fall freie Tage. Das hört sich immer so an, als hätten die vier Tage auf dem Arsch gelegen. Das haben sie nicht. Sie haben ein Laufprogramm mitbekommen und bewegen sich. Gut, ja, dann glauben wir das mal so. Und ja, da gab es ja echt, das war ja echt nochmal Thema, diese vier Tage Urlaub und ja, ich glaube, die endgültige Antwort oder die Wahrheit bekommen wir dann am Sonntag auf dem Platz. Ja, entscheidend ist auf dem Platz, wenn man so schön sagt. Da bin ich ja echt mal gespannt. Das mal zum Personalstand heute. Ich wollte aber noch was nachschießen zu meinem gestrigen Video, zum Thema Pressing. Wer es nicht gesehen hat, ich verlinke es nochmal oben in der Infobox. Da ist mir nämlich ein Punkt noch komplett durch die Lappen gegangen, den habe ich total vergessen zu erwähnen. Erstmal vielen Dank für das rege Kommentieren auch und die ganzen Ansätze, die da so gekommen sind und Ergänzungen und so weiter. Was natürlich noch dazu kommt, ist ja natürlich auch, dass das unglaublich Körner frisst. Und dadurch, dass du halt sowieso anläufst und permanent stressen willst, oder Pressing spielen willst, weil das ist ja immer noch der Plan, kostet das natürlich Energie. Wenn du natürlich dann mit zwei, drei Pässen dann wieder überspielt wirst, dann musst du natürlich mit der vorderen Kette wieder zurück, ja, weil du bist ja überspielt worden, zurückrennen im Vollsprint, um dann wieder so eine Art Kompaktheit herzustellen. Und das frisst unglaublich Energie. Und deswegen hat man dann auch so ein Alidu gegen Leverkusen gesehen, der gefühlt nach 20 Minuten platt war. Ja, und das gilt für viele andere auch. Und vielleicht ist das auch wieder ein Grund, oder mit ein Grund dafür, dass uns so diese letzte Entscheidungsfindung vorm Tor fehlt. Das ist ja auch nochmal ein eigenes, gesondertes Thema oder Baustelle, dass uns der letzte Pass irgendwie fehlt. Ja, dass der letzte präzise Ball fehlt, um dann wirklich zu einer aussichtsreichen Torchance zu kommen. Und das ist natürlich auch irgendwie immer so eine Qualitätsfrage, ja, aber vielleicht auch eine Konzentrationsfrage. Konzentration, die dir aufgrund von mangelnder Luft, sage ich jetzt mal, dann eben fehlt im letzten Drittel, weil du halt die ganze Zeit drauf rennst und wieder zurück rennst. Das wollte ich nochmal ergänzt haben dazu. Gut, dann sollte das für heute gewesen sein. Gucken wir mal, was morgen so passiert da auf dem Platz. Und dann hören wir uns. Bis dahin. Bis neulich.